Willkommen bei Next Games AP. Wir spielen heute Call of Duty Ghosts, der fünfte Part von der Kampagne und es geht auch schon los. Viel Spaß. Okay, ich muss aufpassen ein bisschen. Die stehen da. Hast du, hast du, hast du, hast du? Okay, den habe ich. Ah, okay. Habe ich? Sehr gut, sehr gut. Ich muss aufpassen. Okay, habe ich auch. Okay, ich muss alle haben, glaube ich. No, nein, jetzt habe ich den Pfeilchen ausgeschaltet. Shit. So, das gleich nochmal. Ein bisschen aufpassen jetzt. Oh. Ach, shit. Man. Egal, ich stelle mich kurz da hin. Mann, der steht, danke. Mann, verschossen. Der lebt noch. Das müssen alle gewesen sein, denke ich. Nee. Okay, der steht noch. Wo sind da noch welche? Da. Da. Oh, okay. Ja. Mimmi ist klar. Wo ist noch einer. Ja. Je. Schnell, 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 schnell. Geh rein, geh rein. Oh, no, 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 no. Okay, Glück gehabt. Glück gehabt. Äh. Wo ist noch einer? Okay, sehr gut. Ich habe alle. Ich habe es endlich geschafft. Endlich. Ich habe es geschafft. Ich habe es jetzt kurz warten. Oh shit, was kommt jetzt? Okay, Homecoming. Okay. Welch jetzt die Mütze, wo ich hin muss? Ich muss, glaube ich, dann nach oben oder so. Egal, ich folge denen einfach mal. Gucken, was passiert. Oh shit. Warte, wirklich? Ah shit. Jetzt habe ich zu lange gewartet. Mann. Schnell, come on. Ich bin doch nicht da hängen. Geh runter. Erhol dich, erhol dich, erhol dich. Shit, den habe ich nicht. Ach man, jetzt hat es wieder nicht geklappt. Also ich muss auf jeden Fall die Hubschrauber irgendwie ausschalten. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Erhol dich, erhol dich, erhol dich. Ja. Ja, jetzt kommt noch ein Helikopter, glaube ich. Nein, 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 nein. Er geht gerade nicht. Ich bin angeschossen. Eintreffer, ich bin tot. Oh shit, was war das jetzt? Ich sehe nichts. Oh shit, hier jetzt. Oh no, 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 no. Lass nicht rein. Das kann ich machen. Habe ich irgendwas anderes? Ich habe nichts anderes. Ich habe nichts anderes. Oh shit, shit, ja. Ich muss in Deckung gehen. In Deckung auf jeden Fall. Oh, sehr gut. Ich habe alle. Glaube ich mal. Okay, geht weiter. So, was kommt jetzt? Kann ich dieses Teil jetzt nehmen? Ah, nee. Ja, natürlich. Das muss ich jetzt. AC. Oh shit. Ah, nee. Jetzt fliege ich nur da runter. Oh shit. Das ist ganz so schön, muss ich. Das sind meine, äh, meine Leute. Oh shit, Granate. Cut, ey. Äh, wo ist sie? Ich muss aufpassen, auf jeden Fall aufpassen. Okay, den habe ich sehr gut. Oh shit. Oh fuck. Mann. Jetzt habe ich den zu spät gesehen. Und in Deckung, auf jeden Fall in Deckung gehen. Oh shit. Oh shit. Okay, das ist meiner. Das ist mein Kollege. Ich komme auch an, come on. Ich schieße. Okay, da hinten. Ah, ich treffe mich. Ah, ich habe eine Pistole. Scheiße. Mann. Okay, auch shit. Da oben ist jemand. Mann. Okay, ich habe ihn sehr gut. Okay, den habe ich. Da schon wieder einer drin? Was? Wie geht denn? Ergebnis. Oder klettern die da ständig da rauf. Ja, keine Ahnung. Oh shit. Aufpassen. Aufpassen. Habe ich ihn? Ja, ich habe ihn. Ich glaube nicht. Aufpassen. Nachladen. Ich glaube, das bringt nichts, die Granate. Ah, doch. Oh, sehr geil. Hat was gebracht. Sie sind alles schon nach vorne. Wer sind die diejenigen? Hä? Okay. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gekillt. So, das war's jetzt. Ja, anscheinend. Okay. Okay, da dürfte keiner mehr kommen. Denke ich mal. Ich sehe nichts. Es ist viel zu dunkel. Was, war das ein Snipergewehr? Nee, kein Snipergewehr. Shit. Oh fuck. Oh shit. Was kann man an die A10? Kann ich die jetzt endlich nehmen? Oder was auch immer das ist. Kann ich nicht. Mann. Ich kann den Hubschrauber nicht killen. Ich muss mal an. Ich glaube, das bringt nichts, wenn ich sie jetzt da hinschmeiße. Kann ich jetzt? Oh shit, oh shit. Okay, jetzt habe ich sie. Cool. Coole Sache. Okay, das waren alle. Oh. Oh, da kommt schon wieder einer. Oh. Ja, natürlich. Also da oben sind welche. Oh no, no. Sind es meine Leute? Die A10. Okay, noch die A10. Wie viel kommen denn da? Okay, letzte Chance. Okay, oh. Alter, alter. Ein Treffer tot. Man muss gegen Deckung, gegen Deckung. Mal kurz warten. Okay, jetzt dürften das alle sein, gucken. Ich glaube, die haben... Okay, der lebt noch. Den habe ich jetzt auch, Kopfschuss. Nachladen. Okay, den habe ich auch. Okay, den habe ich auch. Ich glaube, da hinten ist noch einer. Okay, den habe ich jetzt auch sehr gut. Wenn ich jetzt da auch gehe. Ja, natürlich. Okay. Machen wir. Okay. Oh shit. Okay, das sind meine Leute. Sehr gut. Ich renne einfach mit. Das sind ja meine Leute. Sehr gut. Holen. Na, come on. Oh shit. Oh fuck. Nein, nein, nein. Ich bin jetzt wieder tot, Mann. Ich muss da, hol dich. Alter. Ich muss da, hol dich. Come on. Oh no. Warten. Nachladen. Okay, die habe ich. Oh, der hat Granate geschmissen. Okay, alles gut. Okay, wo ist noch einer? Das waren alle. Okay, Riley. Sehr gut. Ja, Mann. Wachen wir. Ah, nein, nein, nein. Come on, come on. Okay, sehr gut. Ja, natürlich. Machen wir. Alles aufpassen. Los. Soll ich dir helfen? Oh, schaffe. Oh, weh. Du klemmst mich jetzt ein. Hä? Oh shit. Okay. Ich kann dir nicht helfen. Mann. Okay. Okay, da ist keiner. Also ich muss nach oben. Oh shit. Was muss ich machen? Hä? Oh shit. Ich komme alleine. Ich drücke mich falsch. Was war das? Oh shit. Verletzt. Mann. Mein Kollege. Ich kann dir einen. Ich bin. Okay. Ich bin. Ähm. Ich bin. Du bist ein von ihnen. Du bist ein Ghost. Probierst den Ghost! Das ist dein Kommandant. Ihr Kinder haben keine Ahnung, wie schwer das war für mich. Aber wenn ich eine Wahl mache, es gibt keine Rückmeldung. Du und dein Bruder haben immer viel zu lernen. Aber du hast alle deine Tests gewonnen. Willkommen in den Ghosts. Wir sind bereit. Keine Art. Keine Art. Keine Art. Ich bin froh von dir. Das ist alles gut und gut. Aber was machen wir mit dem Rourke? Rourke? Das ist der Mann, der in den Ghostsrand. Ja. Er ist gut. Sehr gut. Und er weiß, wie wir operieren. Wie ist das möglich? Er war einer von uns. Ja. Ich bin froh von dir. 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 Wir sind hier für einen Mann. Mommao Group, follow meinen Leader. Merrick, Ajax, Lef Leg, Elias mit mir. Okay, so meine Freunde, das war der fünfte Part von Call of Duty Ghost. Die nächsten Games-R.P ist raus. Haut rein.